Servus aus Oberkogl! Jeden Dienststag Nachts skilauf. Da oben am Festkogl, es geht gleich mal los um 21 Uhr mit der neuen Skishow. Und ich gehe jetzt den Asté André, den Skischulleiter suchen. Mein Name ist Asté André, Leiter der Skischule Oberkogl. Wir stehen hier oben jetzt am Festkogl, bei der Festkoglalm. Wir werden jetzt heute den Winter Playground, unseren Nachtschilauf vorführen. Wir haben eine neue Show mit neuen Bildern, neuer Action ausgearbeitet und haben da viel Spaß. Und wir hoffen, euch gefällt das. Wir werden heute ca. 70 bis 80 Schillehörer hier oben sein. Die Liftgesellschaft ist natürlich involviert. Wir brauchen nur drei, vier Pistengeräte, dass das Ganze funktioniert. Wir haben den Günther Gold da mit seinem Hubschrauber. Die Liftgesellschaft schaltet den Lift um 7 Uhr ein. Es ist bis 22 Uhr Betrieb für die Fußgänger. Es ist voll beleuchtet natürlich. Die ganze Piste 6, vom Festkogl her oben bis unten ins Tal. Perfekte Skibedingungen natürlich. Ich wünsche euch jetzt die nächsten Tage noch perfekte Tage hier an Oberkogl. Hochkogl, Schneebedingungen sind traumhaft. Also raus auf die Ski, raus auf das Snowboard. Viel Spaß beim Skifahren und vierten bis zum nächsten Mal. Ich komme aus Griftel in der Nähe von Frankfurt aus Deutschland und es hat mir sehr gut gefallen. Eine tolle Show. Was hat dir am besten gefallen? Eigentlich der Hubschrauber, weil wir das andere Skiprogramm alles schon gesehen haben. Wir sind schon zum vierten Mal in Oberkogl und es ist immer wieder toll. Und immer wieder hier bei der Skishow. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Urlaub noch und viel Spaß noch in Oberkogl. Danke schön. Danke dir. Danke.